Vom Einmannbüro zum gefragten Dienstleister Die IK Elektronik GmbH wurde 1996 durch Jan-Erik Kunze als Ingenieurbüro gegründet und wandelte sich bis heute vom Einmannbüro zu einem mittelständischen Unternehmen. Seit der Firmengründung wächst das Unternehmen durch die konsequente Ausrichtung auf Dienstleistungen im Bereich Entwicklung und Fertigung von Hochfrequenzbaugruppen und Geräten sowie durch eine konstant hohe Investitionstätigkeit. Derzeit sind 55 Mitarbeiter an den Standorten Muldenhammer im Vogtland und in Dresden beschäftigt. Inzwischen ist das Unternehmen größter privater Arbeitgeber der Gemeinde Muldenhammer. Für Angestellte besteht eine Weiterbildungspflicht im Umfang von sechs Tagen pro Jahr. Interne und externe Schulungen beziehen sich auf die fachlichen und auch auf soziale und methodische Fähigkeiten. Im Jahr 2013 spendete die IK Elektronik GmbH rund 4.000 Euro an örtliche Vereine. Das Unternehmen unterhält die beiden Biotope auf dem Firmengelände und setzt sich für die Weiternutzung eines historischen Gebäudes als Gewerbegebäude ein. Das Unternehmen unterhält die beiden Biotope auf dem Firmengelände